So, NBA 2KF 13, neue Aufnahme, abgehaktes Sätze, for the win! Okay, und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Aufnahme. Ich bin immer noch ein bisschen erkältet. Wahrscheinlich hört man es ziemlich, weil ich durch die Nase spreche. Naja, äh, ich muss das spielen. So, mal gucken. Welche Beliebtheit stimmt eigentlich? Die, die hier steht als 68% oder die, die auf der Startseite steht? Ja, gegen Dallas. Oh, das wird entfasst. Ja, wie doch egal. Ja, okay. Da sind wahrscheinlich viele besser. Also, so ganz theoretisch nur. Vielleicht, mal gucken. Ah, Helfer. Die Mavs sind ja dieses Jahr auch nicht so überragend. Überragend. Da sind ja gut gestartet. O.J. Mayo, wiedergeburt. Jetzt ist er vor allem defensiv für mir gar nicht entgegenhalten. Chris Kamen, naja. Dirk Dovitski ist ja jetzt wieder gesund. Äh, ja. Umsonst. Darren Collison ist jetzt nicht mehr so gut. Naja. Aber... Es ist ein Unterschied zwischen... Boah, ich hab den Ball bekommen. Was mach ich jetzt? Hilfe! Okay, nein. Was war das denn? Wer verteidigt mich denn da? Wer sind so langsam? Was ist denn, was stimmt mit ihm? Oh mein Gott. Ich glaub, jetzt schaff ich meine 20.000 Endwons nicht mehr. Vince Carter. Alter. Oh mein Gott. Ich konnte mich da nicht bewegen. Oh, Jabari Magie. Ich hab ein bisschen Geschwindigkeit. Boah, ich hab die Ball bekommen. Oh, komm schon. Der muss doch drin sein. Okay. Um aufzubegenken. Ah, ein Plus. Das war ein sehr langgezähliges A. Das war ein sehr spätes C. Chris hat ja fast ins Karte. Schaff es nicht. Rebound, Rebound, Rebound. Oh, Kass. Und müssen. Es ist ein Dankeschön. Er weckt der Post natürlich. Man passt denn an, aber das ist auch was denn sonst. Und der Clip aber. Schönes Endwort von Wilson Chandler. Also bin ich im Moment an allen Punkten beteiligt. Im Sinne, an dem Freibuch jetzt nicht so richtig, aber. von Darren und... Ja, dem haben wir ja. OJ Mayo. Bei Memphis war das ja noch so eine andere Sache. Der war ja nicht so überragend. Okay. Was machen wir? Guck mal, wie gut bist du. Okay, ich kreffe. Warum kann ich im ersten Viertel einfach so Krabblingen machen? So, nach links, nach rechts. War nicht so gut gepasst, oder beziehungsweise schlecht gefangen. Schlechter Wurf. Noch schlechter ausgeboxt. Und noch schlechter, Alfa. Mein Gott. Ganz ehrlich, wir sind Defensiv ja auch nicht so überragend. Nein, nicht Segedörner. Zu mir. Dankeschön. Oh, Schiller Drive zu Krab. Sieben Punkte für mich. Oh, Woods Carter hat Angst vor mir. Und Sam Coulson, bitte werfen. So, Schnellangriff. Gut, Wurfaufsfall, da habe ich einen Spin-Cop-Leger gemacht, weil ich wusste, dass der normale nicht gehen wird. Spin-Cop-Leger gehen wird zweimal B und dann X. Oh, da habe ich mich auch gehofft. Also, für die Leute mit Xbox-Tortroller, für PS3 wird es zweimal die rechte Taste sein. Was ist das eigentlich? Wow, schön, ich bin ja on fire. Toll gekämpft. Ja. Aber ich werde jetzt keine wilden Dreier versuchen, da on fire, dann nicht. Überragend. Oh, wie schnell ich bin, wie schnell ich bin. Oh, mein Gott. Alter, ich bin ja übelst schnell. Ich glaube, ich bin so Schnelligkeit wurscht. Ganz ehrlich. Oh, on fire is an, das ist lustig. Letztes Mal dann. Arscheter Block. Und O.J. Mayhoff ganz frei. Oh, ich bin noch on fire, das ist gut. Nein, nein. Oh mein Gott. Ich habe nicht getroffen, jetzt bin ich nicht mehr on fire. Oder? Bin ich nicht mehr on fire? Also, es ist ein... Er ruft die Fans. Doch, ich bin noch on fire. Das ist schön, dass ich noch on fire bin. Ja. Dann ist es ja gut. Gibt es eigentlich Punkte, Rekorde für das Einzelne, Viertel? Das war ja letztens jemand, glaube ich, hat da... Ich glaube, er hat irgendwie 20 Punkte in einem Viertel gemacht. Für meinen Rebound und ich mache den Aufbau. Also, damit ich selbst auch schön durchziehen kann. C, drin. Nein, nur jetzt ist Timeout, jetzt bin ich nicht on fire. Oh mein Gott. 17 Punkte ist... Äh, shape. Aber ich glaube... Da brauche ich, glaube ich... Äh, nicht Mikrowelle, sondern... Tyson ist halt... Äh, irgendein... Äh... Irgendeiner drückt. Äh, nicht halt gut, sondern... Richtig. Ja, ich bin nicht on fire. Aber... Ich darf ja trotzdem doch... Possen. Nee, Tyson, äh... Signatures. Mein Gott. Äh, Block vor dem Kopf. Äh... Da kann man sein on fire über das, äh... Viertel oder übers Timeout behalten. Ist dann halt schlau, weil man frei ist. Falls man hier nicht on fire ist, bringt es es. Bringt es sich nicht. Es geht nicht. Persönliches... Alter, es war doch halt faul. Das war ja schrecklich. Das war ja... Übel schlecht. Das war ja richtig schlecht. Das war ja... Katastrophal. 70 Punkte ist gut. Und Iguodala. Ja, hätte ich doch lieber die beiden vordert wollen. Elfibo ist drin. Die darf ich auch noch sofort verteidigen. Ja... Ja. Poguwa. Haze. Nein. Warum helfe ich eigentlich die ganze Zeit aus? So eine rhetorische Frage an mich. Das sieht ja viele gut. Nee. Hätte ich fast schon drei Sekunden bekommen. Also drei Sekunden in der Zone geflogen. Nein, 50% Wurfbote. Ja. Ist im Ordnung. Okay, ich bleib mal bei Elfibo. Candy. Und er wirft wieder heute. Was nicht. Oh. Okay, ich bleib bei Elfibo. Oh. Ich bleib bei Elfibo. Und der Dish to Collison. Hayes. Dolan are recovering. Oh. Warum seeft der jetzt nicht? Okay, meine Befix ist ja katastrophal. Gegen den Werfer kann dich schlecht verteidigen. Boah, ich kann springen. Teil außen. Mal gucken, Alter, warum bin ich denn aus? Wann Andrew Miller wieder? Boah, schnell Spickle Road. Ja, boah, boah. Und jetzt passen. Okay, falsch. Ich glaube, es passt, aber... Ja, 92% Erfurt von den beiden Tieren. War mein Fehlwurf, der einzige Fehlwurf des Tieren. Es war ja peinlich. Mein Hookshot vor Zogen von Rotman. Garcia. Wow. Garcia, for free. Oh. Okay, ich muss was Cooleres schaffen, als... Nein, ich wacke zu... Ach, schnell Spickle Road. Von wem denn? Ah, da lag's auf dem Boden. Einfach durchkämpfen. Ach, Schiller passt zwar ein bisschen spät, aber... Es ist, es ist, es ist. Genau, es ist ein wenig. Es ist, es ist... Ja, ich heisse. Wir haben den besten Fett. Du hast mal einen Schiff auf den Ballen. Sie habt ihn gehalten, was esね. Hier ist Haze. Und er hat sie gehalten. Und er hat sie gehalten. Gut, Herr Wurvf ist ein guter Wurv. Das ist guter Wurv. Das... Ha! Das war eine guter Wurv für Siebz. In der Zeit. Die Zeit wurden den Ballen. Ja, ich liebe es. Ja, ich liebe es, Mark. Nein! Sprungball erlaubt! Ich konnte gar nicht passen! Zwischen Drüppslern, oder? Oder was? Oder ist die Taste da? Das ist jetzt ein Turnerer für mich. Oh, das ist einfach herrlich! Das ist einfach herrlich, ein Skip-Kauffläger. Ich glaube, das Cut-Up ist weit. Bam! Wie viele Punkte habe ich im Viertel gemacht? 23, oder? Slam-Bong! 23! Uh! Sia for free! 6, 5, 4, 2, 2, 1! Jetzt auch Ty Lawson! Boah! In Bedrängnis! Mit dem Hand im Gesicht! Der war richtig gut! Der vor Ty Lawson war ja richtig gut! Ja! Ja, ich bin auch mit dem! Nein! Magician! Ja! Ein schönes Mal Spotschen! Unser ist cooler! Unseres 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 ist cooler! 34 Punkte in einem Viertel! Er hatte, ich glaube New York hatte mal 45 Punkte! Oder? Letztens! Der Wurf ist über Frieden! Alter! Wie gut bist du die fest? Okay! Jetzt plötzlich ist die besser! Und der erste, die erste Auswechslung! Zwei Minuten draußen gesessen! Neuer Spieltipp! Das stimmt! Ich könnte mir einen Juts spielen! Aber ich habe keine Lust auf! Keine Lust auf! Du 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 du! Kann ich ja! Ich habe den Degang wieder zu tun! Ein sehr statisches Spiel im Moment! Ja! Ja! Stil! Schön! Boah! Da hat er unnötig getrabbelt! Boah! Araminos! Im zweiten Viertel schon! Aber ich verkack es wieder im Viertel! Da habe ich so... Wahrscheinlich mittendrin so A+. Und danach... An der Hand! Okay! Im Wegen Zeichen's Wappen verkack es immer! Wieder! Digitala! Ich helf mit dir! Ein Pickle Roll für dich du! Ja dann halt kein Pickle Roll! Mordgolf! Oh! Schöne! Er ist selbst! Bäm! Und noch besser abgeschlossen! Und noch besser abgeschlossen! Oh boah! Der verzogen doch! Oh! Ja! Verliert hat man noch! In letzter Zeit! Alter! Kann ich ja gar nicht! Okay! Dann machen wir mal wieder! Ich habe jetzt keine Lust auf unnötige Trippling! Dann mache ich sogar unnötige Pässe! Oh! 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 Die Teilhautsmüche kann einfach durchziehen! Ah, der war ja fast geblockt eben, aber perfekt. 25 Points vor dem Jaumann-Chan! Cunningham. Gutes Foul muss ich geben, ja. Mein zweites Halsschritt. Oh, ich! Ich! Denber, denber, denber! Okay, ich hätte jetzt auch irgendwie sowas wie, äh, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, äh, Kevin Durant hat was Gutes. Also ich spielte jetzt bei 2K nicht mehr als Small Forward, sondern als, äh, Power Forward, womöglich. Äh, ja. Also meine erste Halbzeit ist doch schonmal standardmäßig gut. Ah, guter Pass. Ich dachte, es wird wirklich was Gutes. Ja, guter Pass. Ah, ich weiß nicht, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie es ist. Gut Wurfen fällt es. Schaffe ich nochmals im Kopf, egal? Nein, ich hab's nicht geschafft! Ach, das war ein bisschen zu überhastet wahrscheinlich, aber egal. Ach, das war... Warum ist... Und das war auch noch mein Gegenspiel, da war alles auch. Nein, ich spiele ich jetzt aus. Und dann wurde ich einfach so... Ah, wie geil war das denn? Das war ein perfektes... Perfekter Spielzug. Meint hast du teilgenommen? Jaaaa. 40 Punkt Vorsprung. Auswärts. Ist gut. Ist gut, ist gut. Meine zweite Halbzeit war jetzt nicht nur überhaken, aber... Ah, egal. Und was denn für sie das? Ey, hier, Bobcats. Hier gewinnt die Bobcats. Oh, na, zum gut. Grüßlich. Und Gas. Brocats. Okay, Trailblazer Club. Das ist ganz klar. Und das war's auch noch. Ja. Halbzeit-Bericht. Ende.